Eine Legende. Johnny Cash und Linken Park waren dabei. Interessierend tut uns natürlich die Auflösung unseres Blickrichtungstests. Wo hat Ralf Möller hingeguckt, als er das Video von 50 Cent gesehen hat? Werden wir so weit, dass wir uns das angucken können? Ja. Und jetzt sind die roten Augen auf diesem Punkt, wo Ralf immer hingeguckt hat. Die roten Augen sind quasi seine Augen, Punkte sind seine Augen. Das ist sein Blick, genau, wo er hingeschaut hat, worauf er sich konzentriert hat praktisch. Okay, dann schieß doch mal ab und wir gucken mal, was der Kollege sich da so angeschaut hat. Da, wo die Punkte sind. Ja, aber wo sollte man denn sonst hingucken? Also den Punkten nach bist du auch schon älter geworden.